Für uns ist der Outdoor-Sport einfach eine super Ergänzung zu unserem Job, nämlich Montag bis Freitag 9-5 Büro. Umso mehr freuen wir uns einfach, wenn wir am Wochenende in die Berge kommen. Das ist unsere Leidenschaft, da können wir eben unser Leben so führen, wie wir Bock drauf haben, raus an den Berg. Das ist genau das, was uns pusht. Ja, es ist natürlich so, dass es immer mehr wird und dass natürlich immer mehr Ideen auch kommen, was man machen könnte. Und wir würden am liebsten alles machen. Genau, manchmal ist es natürlich stressig, aber es ist tatsächlich so, wir sitzen ein Wochenende zu Hause und denken, wir chillen mal und dann denken wir wieder, oder wollen wir nicht doch vielleicht noch zum Berg. Und deswegen landen wir irgendwie immer wieder hier. Also wir beide werden ja auf jeden Fall als Team beim Terex Mountain Project dabei sein und im Endeffekt wäre es super, wenn sich einfach so viele Leute wie möglich bewerben, weil es echt auch eine einzigartige Möglichkeit ist, im Endeffekt sich in seinen Sportarten in den Bergen weiterzuentwickeln, weil man eben einen Bergführer dabei hat, der einen unterstützt. Ja, und es wird auch kein Battle, es gibt auch keine Trophäe. Der Weg ist das Ziel und man sollte die Zeit, die man in den Bergen hat, genießen und zusammen mit seinem Bergführer eine schöne Tour raussuchen mit den Sportarten, die einem eben auch Spaß machen. Genau, und eben mit seinem Teamkollegen das Ganze auch managen. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir glauben, dass es echt eine coole Zeit wird und dass wir sicher das ein oder andere Abenteuer erleben werden. Ich bin mal ganz schön. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017